Ich werde jetzt ein Buch lesen. Ich hoffe, du bist zufrieden. ...das T-Shirt von meinem letzten Rennen bekommen hat. Da ist es wohl nur fair, wenn du zwei meine Socken kriegst. Oh, mein Gott! Entschuldige Störung, Pilar, aber ich dachte, wir finden kein kleines Wettrum veranstalten. Dieser Mann ist euch wirklich ungeheuer ähnlich. Er kann auch nicht genug davon kriegen, ihn von Witte zu sehen. Ja, frische Decke. Ja, ich bringe euch schon wieder rein.